Also das ist für uns ganz wichtig. Auch der Start gestern in Saarbrücken, das waren Menschenmassen. Also die Saarländer sind echt dankbares Publikum. Wir freuen uns sehr, wenn so eine Veranstaltung mit internationalem Ausmaß hier ist. Die Leute interessieren sich, das wird angenommen. Das ist natürlich für so ein kleines Land wie das Saarland eine ganz große Chance, weltweit in die Medien zu kommen mit so einer Veranstaltung. Aber ihr könnt gerne wiederkommen hierher. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war krass. Eine Autofahrt, die ich nicht vergessen werde. Am Anfang braucht man ein bisschen, bis man auf den späten Bremspunkt eingestellt ist, vor allen Dingen, wenn es abschüssig ist. Aber dann fängt es irgendwann auch Spaß zu machen und großartig, wenn man so Autofahren kann.